Das sind Lisa und Tom. Sie könnten deine neuen Kunden sein, denn sie haben richtig Hunger auf Pizza und befinden sich auch noch in der Nähe deines Restaurants. Sie kennen sich aber in der Gegend nicht aus und Tom sucht deswegen auf seinem Smartphone nach einer Pizzeria in der Nähe. Aber Moment, warum findet Tom dein Restaurant nicht? Es ist direkt um die Ecke, aber für ihn unsichtbar, da es nicht online auf allen wichtigen Portalen gelistet ist. Lisa und Tom sind kein Einzelfall. 70% aller Restaurantbesucher entscheiden sich heutzutage online. Also, sei online sichtbar. Und keine Sorge, das ist überhaupt nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Mit Weblisting Premium hast du eine Anlaufstelle für alle relevanten Plattformen. Du verwaltest deine Informationen für über 40 Portale und siehst zentral alle Bewertungen über dich. So kannst du dich auf das konzentrieren, was du am besten kannst, noch mehr Kunden glücklich zu machen und satt.